So Leute, wir testen heute für euch hier an dem Vulkantag Nummer 2. Zink, 250 Gramm. Was steht da drauf? Gold und Blinksterne. Gut, bin ich auch mal gespannt. Druck, ne? Ja, auf geht das, ne? Genau. So Leute, das wird jetzt hier hintereinander gemacht heute, ne? Heute ist ein Tag, 10. Dezember. Heute dreht sich auf meinem Kanal alles nur über Vulkanen, so. Nicht wundern. Lulz. Nice. Leider fokussiert die Kamera noch nicht ganz. Ne, die will nicht fokussieren, Leute. Ah, jetzt geht's aber. Boah. Da steht Street. Boah, Leute, diese Helligkeit hier. Heftig. Da wird man beinahe blind, ohne Witz, Leute. Geil. Also ich muss sagen, der Anfang war geil, hat mir super gut gefallen, ne? Das mit diesem Flash am Anfang, ne? Und mit dem Blinksternblinker ist sowieso absolut mein Lieblings-Effekt. Kaufempfehlung, ne? Auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, ich kann das nicht loyalty sein. Aber ohne mich würde das nicht es tun. Und dabei was aber auch mitود Derek Covidufen, Lasst crisce sein lassen.